Wer heute von Burkhard Heim noch nie gehört hat, der wird auf diesem Kanal einen der spannendsten Denker des 20. Jahrhunderts kennenlernen. Wer in 50 Jahren von Burkhard Heim noch nie gehört haben wird, den wird man angucken wie jemanden, der heute noch nie von Albert Einstein, Isaac Newton oder Max Planck gehört hat. Nicht nur Burkhard Heims Werk ist einzigartig, auch seine Lebensumstände waren es. Ohne Hände und nahezu taub und blind löste er viele der heute noch als ungelöst geltenden Fragen der Physik. Und darüber hinaus schuf er ein ganzes Weltbild, in dem nicht nur unser physikalisches, sondern auch unser psychisches, geistiges und transzendentes Dasein auf eine nie zuvor dagewesene Weise erhält wird. Unser Dasein ist darin auf eine hochgradig sinnstiftende Weise mit dem gesamten Kosmos verbunden. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich habe mich seit meiner Jugend immer gerne mit den mutigen Vordenkern und Querdenkern dieser Welt beschäftigt. Mit Burkhard Heim beschäftige ich mich seit vielen Jahren und ich weiß, wie schwer es ist, sich in sein Werk einzuarbeiten. Man steht vor einem großen Stapel schwer verständlicher Texte in einer ganz besonderen Fachsprache. Selbst für studierte Physiker ist es nicht leicht, da ohne weiteres durchzusteigen. Mit diesem Kanal möchte ich mehr Menschen Zugang zu Heims originaler Gedankenwelt ermöglichen. In anschaulichen Beispielen, bunten Bildern und natürlich in leicht verdaulichen YouTube-Portionen. Deswegen abonniert am besten gleich den Kanal, aktiviert die Benachrichtigung für neue Videos und lasst mich euch mitnehmen auf eine spannende Reise durch 6 Dimensionen in Farbe. 1. 10. 10. 10.